The Division 2 Ja, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht Jo Okay, Terminal attacken Und die Kollegen sind unterwegs Jo, und da werfen wir auch ein Geschütz hin Wo werfen wir das hin? Kommen wir da hin? Nein, da kommen wir wieder mal nicht hin Dann soll das Geschützwesen unsere linke Flanke decken So, und hier rüber Okay Da ist auch einer Sehr gut, 90 Komm, mach weiter, mach weiter Ja, dann werfen wir mal was hin So, wo ist denn... Ach, du Schande, da, oder? Ne, wo ist denn das Dritte? Ach, da, okay Schubidubidu Na Okay Oh ja, da kommt wieder was Ah, dann nehmen wir dann doch das MG Das Leichte So, wie weit sind wir? Da sind wir durch Okay Dann müssen wir jetzt mal da hin Ah, shit Da war er so schön umgedreht Ja, komm, komm Ne, wird nicht Sprach's Ah Uiuiuiui Zack, weg Schnell da hin Und gewechselt Okay Jo, da müssen wir ein bisschen aufpassen Nicht, dass wir schon wieder gleich hier am Anfang ins Gras beißen So, wäre schön, wenn wir hier das Gerät hier endlich mal zum Laufen bringen Und dann auf die andere Seite Sehr schön, sehr schön, sehr schön Und wächter mit 100% Terminal infiltriert Gut So, wo ist unser Geschütz? Ist es schon offen? Nein, es ist noch da Wunderbar, Freunde Wir spielen Friday Feierabend Play Darauf habe ich immer Bock Ein bisschen dann so aufs Wochenende hineinzugleiten Mit ein bisschen The Division Was man richtig unheimliche Laune macht Auch wenn es manchmal nicht so danach aussieht Jo So, es gibt ja mittlerweile auch wieder eine Fahndung Die werden wir dann demnächst auch mal starten Aber da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit Denn im Moment Sind noch ein paar andere Sachen in der Pipeline So, wer nämlich hier meinen Kanal ein bisschen mitverfolgt Der weiß, dass wir ja auch noch ein bisschen Golf spielen Mit der EA Sports PGA Tour Mal schauen, was er dazu sagt Und? Ah ja Dann halt nüch Ich hatte gedacht, es würde reichen Da kommt wieder einer Ach nee Oh ja, der kommt Weg Dann gehen wir mal hier hin So, was müssen wir eigentlich hier machen? Nur den Bereich sichern Das ist doch Gut Das kriegen wir doch hoffentlich hin Und da schmeißen wir mal was hin Wie ich die Buben liebe So, was kommt da angeflogen? Das ist weg hier Weg hier So, was haben wir denn da hinten? Irgendeiner der Ah ja, da ist einer unterwegs So Oho, ich höre, ich höre, ich höre Da kommt was So So, wie weit sie mal Kommt noch einer? Oh, da kommt noch einer Okay, aber da sind wir durch Habe ich eigentlich vorhin In dem anderen Ah, da kann das sein, dass ich das vorhin vergessen habe Habe einen Blick Nee, ich habe Raketen Sehr schön Da habe ich sie doch mitgenommen Schwupp Ja, das war wieder eine anstrengende Woche Und da freut man sich dann immer Auf so eine kleine Runde hier Mit der Division 2 Tschubi tschub So, nächste Etage Wo sind wir denn? Wir sind immer noch in der 4, gell? Oje, oje, oje Das kann sie ja noch ein bisschen ziehen, ne? So Okay Da haben wir noch was Was sind das? Granaten? Jupp Okay 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 Nö, da ist nichts Etage 5 Wäre doch schön, wenn wir mal ein bisschen vorwärts kommen Okay Etage 5 Da läuft einer rum Die Etage säubern Das ist gut Das werden wir hoffentlich schaffen So Ach du Schande EMP Störsender Na ja Ups Okay Das Teil ist außerhalb des Störsenders So So Wollte gerade sagen Da hinten bringt ja gar nichts Da hinten bringt ja gar nichts So Ups Da hat's mich erwischt So, jetzt läuft's. Gut, das passt soweit. Keiner in der Nähe. Ach, der scheint, da kommt auch einer. So, noch einer. Okay. Das freut mich. So was hört man doch gerne. Okay, es liegt nichts, doch da hinten ist was. Oh, hätte ich doch beinahe vergessen, ein paar Raketen mitzunehmen zur Party. Okay. Bingo. Aha. So, da ist, glaube ich, nichts zum sammeln, sammeln, sammeln. Da geht's in den nächsten Raum. Okay. Okay. Okay, da haben wir zwei Surfer, alles klar. Dann schleichen wir uns erstmal ein bisschen ran. Wir müssen ja hier nicht gleich alle wecken. Wo haben wir denn? Okay, dann schmeißen wir das Ding da hin. Na. Zack. Zack. Dann kümmern wir uns so lange mal hier um den Surfer. Okay, der erste ist down. Ja, da kommt dann doch einer nahe. Bisschen Deckungsfeuer. So, jetzt ist keine Deckung mehr, Herr Kollege, ne? Ach du Schande, da ist noch einer. Okay, da geht nichts. Dann müssen wir da hinten ran. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendwie hier rüber, damit wir an den anderen Surfer rankommen. Okay. So, Grönchen raus. Grönchen, hol dir diese. Aha. Ach, okay. System wieder online. System geht um zu. System reaktiviert. Gut, da ist doch noch jemand. Ach du Schande. So wusste ich doch, dass da noch nicht alles erledigt ist. Dass da noch ein bisschen was aufzuräumen ist. Okay, da springt noch einer rum. Okay. 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 Bingo. Sehr gut. Etage 5 gesäubert. Jetzt geht es auch mal hier endlich ein bisschen vorwärts. Ja. So, da werden wir mal die Drohne einsammeln, damit sie dann betriebsbereit ist, wenn wir sie brauchen. Immer gut, wenn man weiß, wo sie ist, wenn man sie braucht. So, gibt es hier was? Gibt es hier was? Gibt es hier was? Nein. Ein bisschen was zum Auffüllen. Und die nächste Etage hoffe ich doch. So. Etage Nummer 6. Ah ja. Da ist ein Schlüssel. Sehr schön. So, den haben wir diesmal nicht übersehen. Ich glaube nämlich in der ersten Folge haben wir den nämlich übersehen. Dass da noch ein Schlüssel war. Weil wir da einen Raum hatten, wo wir nicht hinkamen. So, was müssen wir hier machen? Okay, den Bereich sichern. Das ist soweit okay. Dann schauen wir mal, dass wir das Geschütz da schön oben positionieren. Ach, wir könnten eigentlich hier diesen machen. Ach du Schande, da ist ja wieder so ein Teil unterwegs. Dann sollten wir uns dem vielleicht widmen. Ach ja klar, kommt doch da zur Tür raus. Ach, da kommen wir auch noch entgegen. Danke, Freunde. Ja klar, schieß halt. Können wir hoffentlich nicht wehtun. So, aber er hier. Ach, du Schande. Krabbelt da wieder einer rum hier? Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Geschütz zerlegen. Ist da noch was? War nicht noch da was? Doch, da war doch noch was. So, die Drohne wieder einpacken. Je früher, desto besser. Ich habe immer ein bisschen so die Befürchtung, dass dann plötzlich so ein paar Jungs hier hinter der Tür stehen. Hatten wir alles schon. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Irgendwo ist doch da mal irgendwo so eine Türe, oder? Denke ich doch. Kaum sage ich es. Oh ja, okay. Okay, da springt auch wieder so ein Teil rum, oder? Gehackt, gehackt, gehackt. Gehackt, gehackt. Toxine in der Luft übersteigen Grenzwerte. Okay. Filter versagen. Ja. So, erstmal ein bisschen in Deckung gehen. Okay. Ja, wir haben es nicht so eilig. So, ein bisschen hier meine Fertigkeiten sich auch mal ein bisschen nützlich machen. Okay. So. So. Gut, dann werden wir erstmal das Geschütz wieder einsammeln. Dann müssen wir zum Drohnenstock. Äh. Genau, 17. Ja. 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 Ich mag es gar nicht, wenn es immer so dunkel ist. Aber ich glaube, das hätten wir ja schon wieder hinter uns gebracht. Ordentlich. Ordentlich, ordentlich, ordentlich. Kommen wir da hoch? Luftfilterfunktion wieder hergestellt. Luftfolge ist akzeptabel. Luftfolge ist akzeptabel. Ja. Wie nur akzeptabel. Was ist denn jetzt hier? Mitnehmen. Dankeschön. So. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Da geht es weiter. Haben wir irgendwas zu mitnehmen noch? Haben wir irgendwas übersehen? Nein, oder? So viel war das hier. Nichts. Entschuldigung. Okay. Etage säubern. Und jetzt müssen wir doch mal irgendwo... Stimmt ja, wir waren ja gerade. Wir hatten... Oh je, ich höre schon wieder Ungemach auf mich zukommen. So. Was hält man hier für uns bereit? Den Bereich sichern. Aber das kann es ja nicht alles gewesen sein, oder? Ai, 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 ai. Okay. So, dann gehen wir mal rüber auf die rechte Seite. Ja. Ja, da stehen zwei schön hintereinander. Das ist gut. Okay. Ist der Bereich... Ne, da ist noch einer. Ach, du Schande. Sprichst du mit mir? Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das funktioniert doch heute ganz gut. Jetzt kommt ja schon wieder was geflogen. Ei, den Ei. So, 290 Munition haben wir noch. Ach, da drüben ist auch noch was. Gut. Neuer Checkpoint. Okay. Was klingelt da drüben? Okay. Jo. Agent fordert Verstärkung an. Ja, ich weiß, aber meine möchtest du bestimmt nicht haben. So. Ein andermal gern, aber nicht, wenn wir Friday-Feierabend-Play spielen. Da sind wir nur für uns da, da konzentrieren wir uns ausschließlich auf uns selbst. So, da ist der Aufzug. Wir nehmen den Aufzug. Jo, also heute ist hier einigermaßen flutschi-flutschi. Ne? Heute geht es ja mal ein bisschen vorwärts hier. Das gefällt mir. So, da werden wir doch erstmal ein bisschen meditieren. So, erstmal ein Schlückchen genommen aus dem Kaffee-Tässchen. Okay. Ha, witzig. So. Ob der wirklich dahin gehört? Muss ich mal gucken, ob wir nicht irgendwo was übersehen haben. Äh. Ne. Ach ja, toll. Unsere Baubefindlichen. So, Drohnenstock erkannt. Da müssen wir dann wieder hin. Okay. Komm, auf der Seite. Komm. Komm, auf der Seite. Oh. Okay, komm. We're going next. Uh-huh. Na! Verrissen hier! So, was ist denn los hier? Wo ist denn eigentlich mein ganzes Material? Aha. Etage gesäubert. Sehr schön. Ist das eigentlich alles, was wir hier einsammeln? Ja, also viel war das dann nicht hier, ne? Ja, gut. Manchmal muss man auch ein bisschen demütig sein und sich mit dem zufrieden geben, was es gibt. Und solange wir keine auf die Fresse kriegen, ist doch auch okay. Okay. So, sehr schön. Wir kommen zum nächsten Stockwerk, hoffe ich doch. Ups, wieder ein bisschen vorsichtig und langsam. Ich habe den Eindruck, da tut sich was. Geht es da irgendwo hin? Nein, nein, nein. Hier ist dunkel. Hier ist nichts. Keine verschlossenen Türen. Außer diese. So, Etage säubern, Bereich sichern. Womit habe ich hier jetzt wieder zu rechnen? Ach du Schande. Irgendjemand trifft mich da. Ja, oh ja. Er muss weg. Ja, sehr gut. Der muss auch weg. Ganz wichtig. So, muss ein bisschen aufpassen, dass hier keiner plötzlich wieder im Rücken steht. Ah, da hinten kommt noch was. Da hinten kommt noch was. Da kommt auch noch einer. Jep, für den hat das Magazin auch noch gereicht. Sehr gut. Oh ja. Schnapp ihn dir, Dröhnchen. Dass er nicht in Deckung geht. So, was ist da hinten noch? Ach, da kommt auch noch welche angeschlappt. Ja, komm raus. Ja, die kannst du behalten. Heute nehme ich keine Geschenke an. Warensendungen nur an mich persönlich adressiert. So, was machen wir mit dem da hinten noch? Auf jeden Fall sammeln wir erstmal. Ja, sehr schön. Etage 7 geräumt, gesäubert. So, die nächste Etage wartet auf uns. Ja, es ist ein bisschen schwierig hier natürlich mit dem Raketenwerfer zu arbeiten, weil es ja hier ein bisschen enger ist als im Freien, logischerweise. Da muss ich mir Gedanken machen, ob wir vielleicht dann doch irgendwie umstellen. Aber ich liebe ihn. Auch wenn ich mich manchmal selbst damit in die Luft jage. So, hier wird es doch jetzt ein bisschen was geben, hoffe ich doch. Na also... Äh... Naja, okay. Außer Spesen wohl nichts gewesen. Und hier? Auch nichts. Dann hoch zum nächsten Stock. Das war das, was ich meinte. Da geht man um die Ecke, kommt aus dem Fahrstuhl Schacht und dann stehen hier die Kollegen doch mitten im Gang rum. Jö, jö. So, was haben wir hier? Wieder irgendwie einen Schlüssel oder sowas? Guck an, guck an. So, kommen wir da hin? Nee, da gibt es nichts. Da gibt es, glaube ich, auch nichts. Nee, wir müssen da weiter. Oh ja, das kommt mir doch bekannt vor. Mehrere Gegner nähern sich. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob Hinterhalt heißt, dass die auch da hinten rauskommen. Das wäre nämlich etwas unangenehm. Zumal wir ja kein Radar haben. Danke. 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 Ach du, Schande. Der hat ja richtig... Der haut ja richtig rein. Bup, 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 bup. Oje, oje. Ach, da kommt schon wieder so einer. Bisschen auf Abstand. Okay, sehr gut. Das hätten wir dann doch wieder gemeistert. Knapp aber doch gemeistert. Boah. So, da hinten gibt es wieder was Schönes, Gelbes. Ja, was wird das sein? Was wird das sein? Okay. So, da geht es lang. Oh, Augenblick. Haben wir da hinten noch irgendwo was? Nicht, dass wir wieder was übersehen. Nö, da gibt es nüscht. Gut. Dann sammeln wir die Drohne ein. Und dann geht es hier rechts weiter. So, wir werden doch zwei Etagen noch schaffen, oder? So. Nein, hier hat es auch nichts. Okay, eine Kamera. Ich gucke alles, weil ich wusste, früher war doch immer immer alles irgendwas da oben zum Zerschießen. Gut, wir werden es finden oder auch nicht. Auf jeden Fall finden wir erst mal den nächsten Gegner. Ah, jetzt haben wir das wieder. Okay. Okay. Gut. Okay. So, sind es zwei oder nur ein so Behälter? Ach, da drüben kommen noch welche. Ach, das war ja klar. Da muss der jetzt hier rausgerannt kommen. So. Wie weit sind wir? Haben wir ihn erwischt? Jo, wir haben ihn erwischt. Ach, Kucki. So, komm links rum, komm rechts rum. So, ich muss immer ein bisschen aufpassen, was auf der anderen... Ach, da hinten kommt was. Deswegen knallt es da immer so böse. Okay. Und da ist auch einer. So, alles oder nichts? Ei, 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 ei. Ah, kommt noch mehr da raus. Oh, nee. Flammenmeer. Flammenmeer. So, wo haben wir denn noch ein Geschütz? Da kommt es hin. Sehr schön, Etage 8 gesäubert. Jetzt geht es nochmal hier langsam vorwärts. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, das Geschütz können wir ja so mitnehmen. Das liegt ja irgendwo am Boden hier. So. Zack. Haben wir sonst noch was da hinten? Ein bisschen Munition. Sonst war, glaube ich, nix hier. Und auf geht's hoffentlich zur nächsten Etage, zur neunten. Dann haben wir es nicht mehr weit. Ah. Ja, da haben die sich auch gedacht. Wo kommt der plötzlich her? Da haben die sich auch gedacht. Was macht der hier? Wie ich das hasse, wenn die plötzlich hinter der Tür stehen. So, komm mal weg. Mach weg, mach weg, den Buben. Also, geht doch. Bis die Rohre glühen, wird hier geschossen. So, immer gut, wenn man seine Artillerie dabei hat. Jetzt standen die wieder hier im Flurraum schon das zweite Mal. So, also mal schauen. Jetzt hat's doch bestimmt irgendwo hier was. Hier vielleicht? Nein, auch nicht. Okay, dann geht's hoch. So, Etage Nummer neun. Ach, da hat's ja die Munition noch. Auch so ein bisschen hier reingeglitscht. EMP-Störgerät in der Nähe entdeckt. Ah, okay. Dann packen wir das da hin. Ah, Deckung. Erstmal ein bisschen aufräumen. Bevor das Störgerät hier... Ah, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Ah. 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 Wie, schon wieder weg? Schon wieder die Drohne gekillt? Ja, komm. Edler Samurai. Ach, du Schande. Kommt schon wieder einer angesportet. Aber der ist aus dem Spiel genommen. Und auch er wird's nicht schaffen. So, EMP-Störgerät. Wo geht's lang? Da hinten. Ach, nee. So, jetzt brauchen wir unser... Ja. 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 Ja, das gefällt mir nicht. Dann müssen wir erst mal checken, wie wir das am geschicktesten machen. System unterbrochen. Ah. System aktiviert. System Fehlfunktion. Nee, da können wir nichts machen. Da müssen wir da hin. Hilft nichts. System gedrosselt. System reaktiviert. System reaktiviert. So. Au, 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 au. Ah. Hat der tatsächlich da drüber geschossen? Das ist aber ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das war knapp. Okay. Och, nö. Sind wir tatsächlich Etage 7 wieder? Och, nö. Das finde ich jetzt aber nicht schön. Zugriff aufs Server. Fällt Terminals in der Nähe entdeckt. So. 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 Was kommt da? Wo müssen wir jetzt hin? Ja, immun, immun, ich weiß es. Immun, immun, immun. So. Ja, das war keine so gute Idee, glaube ich. Dann versuchen wir es hier, ob wir diese Seite. Oh, ich würde schon wieder irgendwelche Füße rumkrampeln. Terminal 1. Na, wo gehen wir hin? Oha. Ja, wechsel mal das Magazin, das kann nicht schaden. So, da links ist nichts, da ist frei, da ist soweit auch frei. Ich hoffe immer nur, dass hier keiner hinter uns kommt. Das ist immer ganz übelst. Wenn man kein Radar hat, plötzlich geht hinter einem die Tür auf. Oha. Gut. So, wie es aussieht, sind die Raketen voll. Das heißt, wir müssen die auch mal wieder nutzen. Damit wir die Munition auch mal wieder verwenden. Okay. Oh ja, da ist überall. Hätten wir gut gebrauchen können. So, Vorsicht, nicht, dass sie wieder um die Ecke herumstehen, die Kollegen. Äh. Ach, und schon haben sie mich entdeckt. In Hilfsbrüsten. Ja. Ah, nee. Hinter mir, oder? Wusste ich's doch. Kommst du aber auch wieder aus allen Löchern hier raus. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Raketen anwenden. So, links ist soweit frei, wenn ich das sehe. So, der Kollege kommt hier angelaufen. Oh, das passt mir wieder gar nicht. Was hat der vor? Wo will der hin? Aber danke, dass du mir den Rücken zugewendet hast. Das ist sehr, sehr freundlich. Jetzt zieht sich das aber hier ein bisschen den Bereich sichern. Es zieht sich, es zieht sich. Sind da noch welche? Ja, natürlich springt da irgendwo noch einer rum. Oh, nee. Jetzt aber. So, was haben wir hier zum Einsammeln? Ah, weg. So, das Geschütz war schon eingesammelt. Das war schon fertig. So, jetzt mal hier ein paar Raketen nochmal mitnehmen. Und auf der Seite war, glaube ich, nichts mehr, oder? Nein. So, Etage 7 nach. Das ist jetzt echt ein bisschen ärgerlich. So, Vorsicht. Vorbilden. Ach, das war die Geschichte. Okay. War da was? Nee, da war nichts, oder? Das war dieser leere Raum. Okay. Dann halt wieder hoch. Aber erst mal ein bisschen runter. So, und da waren die doch, glaube ich, irgendwie um die Ecke. Nicht mehr. Okay. Inventar ist voll. Dann schauen wir mal, wie es hier in Etage 8 weiter geht. Ach, das war die Sache mit dem Hinterhalt, oder? Okay. Äh. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nee, da will ich eigentlich, dass wenn die hier lang kommen. Das wäre dann das richtige Ziel. Ja, okay. Ups, das waren ein bisschen viele Raketen. Ja, die werden da hinten einschlagen. Ohne Wirkung. Ja, komm jetzt. Hier kommst du. Und so, wir sind jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Weil mit Spezialmunition und so weiter will man nicht spaßen. So, die Drohne ist wieder im Cooldown. oder was passiert da? Hä? 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 Doug? Die Drohne ist da ein bisschen cleverer. Die Drohne ist da ein bisschen cleverer. Okay. Okay. Okay, das ging jetzt flott! Ohne Schnickschnack. Ohne Schnattereteng. Ja, klar. Vorhin waren das die... Ja, okay, jetzt ist es ein Störgerät. Okay. Oh, das werden viele. Das werden viele. Das werden viele. So, wie stellen wir das wieder am cleversten an? Ich lasse mal euch hier weg. Oh, nee. Oh, der hält aber was aus da hinten. Oh, jetzt kommen die hier um ins Ecke. So, mal schauen. Reicht das, wenn ich hier bin? Ja, oder? Ja. Der Störgerät zerstört. Oh, burn, baby, burn! Etage 8 gesäubert. Schön wäre es, wenn es dann auch so bliebe. So, da hinten. Ah, okay. Okay, okay, okay. So, da liegt das Material noch von vorhin rum. Und wir müssen nach oben. Ah! Äh, mitkommen. So, dann schauen wir mal, dass wir es jetzt hoffentlich schaffen. Sei ein bisschen gnädig mit mir. Ach du Schande. Äh. Rotes Verbrennergeschütz entdeckt. Feindliches Verbrennergeschütz entdeckt. Rote Stürmerdrohne entdeckt. Feindliche Stürmerdrohne entdeckt. Roten Scharfschützenturm entdeckt. Feindlichen Scharfschützenturm entdeckt. Rotes Sturmgeschütz entdeckt. So, jetzt müssen wir reinnehmen. Feindliches Sturmgeschütz entdeckt. Ah, nee. Das wird wieder übel. Das wird übelst enden. Oh, nee. Das passt mir gar nicht. So, hier müssen wir ran. Ah, nee. So, in Deckung bleiben, in Deckung bleiben, in Deckung bleiben. Und Dröhnchen raus. Jetzt haben wir ja alle Vorteile bei uns. Ach, nee. Was ist denn los hier? Irgendwas hinter uns? So, hier geht's. So. So. Sehr schön, also das hätten wir doch jetzt endlich mal geschafft hier. Die Etage wäre gesäubert. Da bin ich mal gespannt, ob wir jetzt auch noch die letzte hinkriegen. So, haben wir alles? Ja, wir haben alles. Gut. So, wo geht's lang? Wo geht's lang? So, bestimmt gibt's doch wieder irgendwas zum Aufschießen. Nein. Etage Nummer 10. Hier vielleicht. Auch nicht. So, was haben wir jetzt hier? Etage säubern. Eintreffende Gegner. Oh je. Wo gehen wir denn am besten hin? Oh je. So, von da kommt auch einer. Ne, da muss ich die Drohne hinschicken. Und da drüben müsste ich... Ja, er hat sich hier kümmern. Ja, das kann er nicht. Was fällt mir in den Rücken? Noch nichts. Okay. Okay, dich habe ich. Ach, da kommt wieder einer. Uh, ich höre ihn doch ran. Nach die Galli, hör dich da da abzeln. Ah, nach vorne springen. So. Sehr schön. Etage gesäubert. Ja, wir müssen ein kleines bisschen aufpassen, was um uns herum alles passiert. Wie gesagt, ist es nicht ganz so einfach, wenn wir ja nicht das Radar haben. Zur Feinderkennung. So, dann hier. Okay. Haben wir sonst nichts. Dann. So. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Dann nehmen wir doch einfach mal alles mit. So, was haben wir hier? Da ist doch immer noch irgendwo in den Ecken ist doch immer noch was. Schwuppdi-schwupp. So, hier gibt es bestimmt noch einen Schlüssel. Okay. 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 Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war ja wieder aufregend heute. Und leider hat es wieder mal einmal nicht geklappt. Wir sind also nicht ganz durchgekommen. So, Etage 10. Mehrere Bedrohungen entdeckt. Feindliche Lieutenant entdeckt. Okay. Das ist sehr gut. Aber ich würde an der Stelle sagen, machen wir für heute Feierabend. Denn es ist Friday Feierabend Play gewesen. Wir haben jetzt über eine Stunde gezockt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Das war auch immer so ein bisschen das Ziel, dass wir so um die Stunde herum ein kleines bisschen uns aufs Wochenende hier sozusagen freispielen. Mir hat es wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wieder sehen. Hier bei mir auf dem Kanal. Hier beim Baden Farmer. Wenn wir The Division 2 zocken. Hier beim Friday Feierabend Play. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Und verabschiede mich mit einem wie immer. Tschüss. Ciao. Cheerio. Tschüss. 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 Tschüss.